Jetzt dürfen Sie eine andere Band kennenlernen. Die berühmte Band Rap Soul. Die sind so normal, dass ich sie noch nicht mal kenne. Hallo Deutschland, wir sind Rap Soul in unserer wunderschönen Heimatstadt Frankfurt, in unserem wunderschönen Bundesland Hessen. Wir wollen euch ein bisschen unsere Stadt zeigen, unser Bundesland zeigen. Schaut euch mal an, was wir da so alles erlebt haben. Und Stefan, du wirst sehen, dass uns in Deutschland doch ganz schön viele Leute kennen. Hallo meine Jungs von Rap Soul, sehr geil, dass ihr da seid. Hey, ich mache euch heute mal richtig scharf für den Bundeswischen Song Contest. Ich mache euch was Richtiges und ihr esst natürlich immer aufs Haus. Und es wird mir gefallen, lasst euch nicht vom Rap verarschen. Wir sind Frankfurter, wir lassen uns nicht von Köln verarschen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist wie jemand Rap Soul nicht kennen kann. Also ich meine, das ist das allergrößte, was Hessen an Musik überhaupt zu bieten hat. Ich hätte gerne 100 Euro abhoben. Ich brauche deine Karte nicht, du bist doch vom Rap Soul. Okay. 300 Euro, der Rest ist für die anderen zwei. Dankeschön. Ey, nicht stretchen. Wie, was mit dem? Bei dem ist okay, das ist Rap Soul. So Chef, was macht das? Ach, heute kostet das immer nix. Für ein Rap Soul ist das heute und sonst. Echt? Dankeschön. Wenn du uns mal live sehen willst, am 14. sind wir beim Bundeswischen Song Contest bei ProSieben. Song Contest? Stefan Raab. Stefan Raab? Kenn ich nicht. Ruft an für Website, ruft an für Hessen. Danke. 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 Danke.